Bei der Entwicklung eines neuen Mercedes-Benz begeben wir uns immer wieder neu auf die Suche nach mehr Perfektion. Intelligenter Leichtbau steigert die Effizienz unserer Autos und reduziert den Verbrauch Kilometer für Kilometer. Nur die Optimierung eines jeden Einzelteils führt dabei zum gewünschten Ziel. Bei der Entwicklung der neuen Generation von Motoren und Getrieben stand der sparsamere Antrieb im Fokus. Mit einem innovativen Konzept für ein hocheffizientes Hinterachsgetriebe will unser Entwicklungsteam aus Untertürkheim einen fühlbaren Beitrag dazu leisten. Bis zu sechs Kilogramm weniger Gewicht und ein Gramm weniger CO2 pro Kilometer können so erreicht werden. Der wichtigste Stellhebel für die Gewichtsreduzierung ist der Wechsel auf Aluminium als Gehäusewerkstoff. Neueste Berechnungs- und Simulationsmethoden werden von unseren Konstrukteuren eingesetzt, um die Gehäusestruktur aus Aluminium zu entwickeln. Nur wenn alle Bauteile bezüglich Leichtbau und Effizienz optimiert werden, kann unser Konzept aufgehen. Um die Verlustleistung im Hinterachsgetriebe zu reduzieren, kommen PANDEM-Schrägkugellager zum Einsatz. Vier Ausgleichräder erhöhen im 4-Pin-Kompaktdifferential die Leistungsdichte. Ausgleichskorb und Flansch werden mit neuartiger Laserschweißtechnik verbunden und anschließend das Tellerrad ebenfalls mit einer Schweißung flexiert. Dies ermöglicht erst die bauraumneutrale Umsetzung von Aluminium als Gehäusewerkstoff. In der Entwicklungswerkstatt werden Prototypen zusammengebaut und weiter optimiert. Die ersten Alu-Hinterachsgetriebe stehen nun bereit, um auf ihre Funktion getestet zu werden. Umfangreiche Testläufe auf verschiedenen Prüfständen liefern erste Daten, dass unser Konzept funktioniert. Ölströmungsanalysen lassen uns auch während des Betriebes ins Innere des Getriebes blicken. Nach diesen Testläufen ist das neue Alu-Hinterachsgetriebe soweit, auch auf der Straße erprobt zu werden. Tausende Testkilometer mit extremen Anforderungen zeigen, wie gut unser Konzept auch unter realen Bedingungen funktioniert. Das neue Alu-Hinterachsgetriebe ist damit ein wichtiger Schritt, bei der C-Klasse und zukünftigen Baureihen Gewicht und Verbrauch weiter zu verbessern. Denn unser Antrieb ist der Anspruch, das Beste noch besser zu machen.